Reaktor online, Sensoren online, Weapons online, alle Systeme nominal Werfen wir, wenn wir statt Berg rechts mal nach links latschen Rechts mal nach links latschen? Sag ein Treffpunkt 6, oder? Also ob ihr da langlaufen oder wollt ihr wieder hoch? Ja, dann sag an, wo du genau hin gehst Ich würde sagen, H6 ist nicht das richtigste G6 am Ende Ah, H6 Einfach die andere Seite, oder? Aber wo sind die Heavys? Die sind meistens auf der linken Seite gespawnt Und was ist denn ein True Yet 8? Rechts sind alle Heavys, wie es aussieht Echt? Die sind die besten von uns, ja Denk zwar nicht klein, also die Slow-Granze, Zitaden etc. Also wir müssen ein bisschen warten Vielleicht Ah, die kommen schon entgegen, sehr schön Ein Router sehe ich schon mal Ich will ihn abzulenken So wie ihn abzulenken? So wie ihn abzulenken? Ich geh kurz nach vorne und versuch ihn mal abzulenken, dass er da auch zu uns gewählt kommt Ach, da ist noch einer, da ist eine Grabe daneben King Crab Ich grad nicht Eigentlich ist hinterm Berg, konntest du von dir aus nicht sehen Einfach mal irgendwie auszubremsen, dass er sich umschwohlen, aber bisher bin ich zu langsam wie es aussieht Ja, die anderen sind auch zu langsam Um hinterher zu kommen, schnell genug Ich kontakte auch Ich renne zur Atene Gut, das ist natürlich jetzt total dumm Ja, die sind alle auf der anderen Alle an der Atene So Ganz aufgestellt von Moment, wie weit geht das Ding? Von F9 bis F6 stehen sie im Quatsch Doch, ich renne da rum Einfach mal Ich muss alle da hingucken Einer steht in G9 Da sind mehrere Ich glaube Black Knight Faszinieren kann ja auch von den High Ground Gibt ihm jetzt ja keinen Killvorteil? Das tut auch wieder Kann das so ein Berg anscheinend? Wo genau stehen die? F9 Ich würde sagen, gehen wir weiter zu Golf 7, oder? Jetzt gehen sie weiter Richtung F10 Gehen wir dann auch weiter Richtung Was ist das? Box 8 etwa Ja Oder wir gehen den Hügel hoch und fallen dann runter Ich weiß nicht, ob das klappt Wir machen einfach, wärst du schön, SK Also einen Stormcrow hat bereits den Hügel erreicht Also ein Berg, der steht da schon Aber ein einziger Mensch bisher Oh, der ist halt ganz allein im B Bist du dabei, S-Malker? Ja, ich bin hier Der S-M war gerade blockiert Hat jemand nicht mehr von mir? Bist du mal mit? Ne, das war wirklich klar Und ich bravo Schon dabei Wer mich angucken würde Doch, sehr schön Da ist noch was anderes hinter ihm, was auf mich geschossen hat Noch kommt nix Was können wir eigentlich hierbleiben? Ist dann wieder ein Kipp Fox 7, lass mal wieder neu gruppieren Lass die Assaults nicht zurückfallen Ja, kommt, das ist Marauder Ja, Seismix 2 Der trifft nicht, ist auch geil Kommt hier gleich unter mir rum 3 Ich bin heiß Ich stecke karte schon Ja, wir waren zu langsam Die Streichstücke hätten wir jetzt locker wegnehmen Gehen wir einfach weiter Alter, lasst die Assaults durch Nee, Achtung rein Wir wollen ja nach draußen Dora ist ein schönes Ziel Nur noch Dora Dora hat ein Arm verloren Oh, er ist tot Oh, er ist tot Und ist ein Atlas Alle drauf Atlas kriegt Er hat Nahkampf für Waffen und Christens Atlas kriegt immer noch Achtung ECHO, ECHO Lass du dich zu sehr rausholen Weil die hinteren Doch, doch Wuscht weiter Die komm nicht nach Die du in die Ecke rum Golf Das kommt wieder zum Vorschein Ja gut, ich bin gelackt Geht einfach weiter Ja, hinter uns Oh, wir haben wir Alpha Alpha War doch hübsch War doch hübsch Was für den Plan Dann einfach freie Jagd Ich glaub Irgendwer war auf den Ähm Hookwerk drauf Ja, der Stormcore war da drauf Ja, der Stormcore war da drauf Ja, der Stormcore Okay Die immer noch da ist Wer weiß Wahrscheinlich würde ich sagen Ich hab doch endlich Hey Äh Ach Tom Pro ist weg Die sind alle ohnehin Äh, erwafen Ach Mh Hm? Pika Karnus, hattest kein schönes Spiel? Nee, war okay. Das war kein gutes, weißt du, das war noch nicht perfekt.